Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Ja hallo zusammen, ich bin der Spieler vom VfB Homberg, der Ferdi Acker. Ich tippe den mit Emre. Ich bin Emre Demecan. Ich bin Tefi Kücigarslan. Ich bin Metin Kücigarslan. Wir tippen den Spieltag 30 jetzt zusammen. Emre, fangst du mit dem ersten Spiel an? VfB Spelldorf gegen Union Nettetal. Ich tippe 1 zu 2 für Union Nettetal. Das zweite Spiel ist Jan Hiesfeld gegen SC Fellbert. Da tippe ich auf ein 2 zu 2. Das nächste Spiel ist SSVG Fellbert 0-2 gegen 1. FC Kleve. Ich tippe 1 zu 4 für Fellbert. Das vierte Spiel ist TSV Meerbusch gegen FSV Duisburg. Ich tippe auf ein 3 zu 0 für TSV Meerbusch. Von Schornebeck. Schornebeck gegen Ratingen tippe ich auf ein 1 zu 2 für Ratingen. VfB Hilden gegen Schwarz-Weiß Essen. Tippe ich auf ein 3 zu 1 Hilden. Tore Düsseldorf gegen Sportfreunde Baumberg. Ich tippe ein 0 zu 3 für Baumberg. 1. FC Bochol gegen VfB Homburg. Tippe ich. Ist schwer. Aber auf ein 0 zu 2 für uns. Und das letzte Spiel ist SSV Monheim gegen Düsseldorf West. Tippe ich ein 3 zu 1 für Monheim. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.